Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Hier noch ein Hinweis an die Teilnehmer für die Springprüfung der Klasse S. Außer den Teilnehmern am Stechen, bitte bereithalten für die Platzierung die Programm Nummer 443. 443 bitte bereithalten. Das ist Gameboy mit 1.000 Mannschaft der Zurettur. Es sieht mit der Wertung 8,0. Die Mannschaft des Reifvereins Graf von Schmetto unter der Leitung von Jessica Brüns mit Lola und Bianca Himkosch, Hidena und Sakulmay, Bavani und Alena Meier und Fabienne mit Bettina Ungarn. Herzliche Gratulation. Die Gönetik, die hat eventuell die Siegerehrung. Ja, man gucken muss. Ja. Das war gut. Das war gut. Iris traf dann hinterher. Ein großes Pokal. Auf der nächsten Zweifel, meine Damen und Herren. Die Mannschaft vom Reitverein Landesbergen unter der Leitung von Iris Hasselbrink. Die hatten wir eben ein paar Mal schon. Er ist selber lang gefangen, er ist aber noch. Die haben uns in der Stadt geklärt. Die haben uns einen melancholischen Schlag riot in gewogen und zu einem gewogen. Die haben sie ja auch genau. Die haben sie jetzt auch abgemacht. Die machen sie jetzt auch. Sie können das Grateln. Die haben die genau das Grateln gemacht. Die sind gleich oben vertrieben. Die haben sie jetzt hier auch erst einmal geheimdiener geworden. Die haben sie aufgemacht gemacht. Die sind die Br doctrine machen. Applaus Applaus